Jetzt geht es los, wir öffnen Konaris, die große Show, gespickt wiederum mit den Leckerbissen allererster Güte. Lassen Sie sich verzaubern, lassen Sie sich von mir entführen in hohe Hüfte, in die hohe Schule, auf vier Beine. Ja, komm, komm, lass mal los da, du. Mann, mach, hier. So geht der, jetzt kommt immer mal ran, schalt immer auf die dritte. Hey, komm, komm. Da, komm, komm. Ausstattlich. Ja, warte, muss ich einfach mal durchspielen. Drei, alle, so, 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 so. Hopp, 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 hopp. Feuer, hop. Feuer, hop. Feuer, 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 Feuer. Muss ich mal den, so. So, die, jetzt. Ja. Ach, herrlich. Du bist doch nicht. Was wollen wir noch? Das war's für das Konarisch-Show. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's für das Konarisch-Show. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir zeigen euch, Fabian. Danke. Vielen Dank.